und tschüss sehen wir hier diesen komischen Jupiter töten der irgendwo da lungert glaube ich ich muss auch gleich runter zu spinnen ich fähre auch ich fähre auch ich fähre auch einfach zu brennen juhu neue Nachricht jetzt muss ich erstmal alles wieder schließen weg 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 und wiii der konnte auch ein Produkt nicht lassen nicht, dich kann ich töten so euch habe ich jetzt auf jeden Fall komplett also ich muss auf jeden Fall jetzt einmal runterfallen hier irgendwie ich muss einmal zu den Spinnen runter oh oh ich will nicht ja toradibo hallo oh ja ja sonst ist alles okay ouch 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 und 400 warte wie viele habe ich ich kann dir jetzt gerade noch kurz nachhaken aus aschepartikel 1170 und prachtstücke des glanzes 3700 ähm welchen vip bonus und wenn wie ich muss einmal was ändern dann das ist hier runter äh keine Brunnenbrä okay das wusste ich nicht das wusste ich nicht ähm okay kannst du immer verkaufen deine Bank zu greifen äh also ich kann also ich kann habe hier auf jeden Fall diese ne das hier kann ich auf jeden Fall machen uh im Gehen hier meine Sachen verkaufen das das habe ich wenn du das meinst das hier also diese diese Dinger hier das das weil dann habe ich es doch aber das habe ich recht früh entdeckt glaube ich oder ne ich habe es recht spät entdeckt das habe ich durch Zufall mal herausgefunden äh das kann ich immer verkaufen das kann ich 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 verkaufen okay ja man kommt da jetzt weil ging es mir davon einmal was du hast und etwas aussieht wie ein Flakon okay ja dann ist es das dann habe ich das doch dann habe ich das doch Jackseite schneller und so ja okay dann dann habe ich es äh dann ist es das hier wahrscheinlich äh wie aktiviere ich das denn aktiviere ich das durch diesen Flakon durch dieses Fläschchen ja dann muss ich jetzt einmal beziehungsweise ist die Frage wo ist es oder habe ich schon überhaupt die letzte Verjugendungstrank die letzte Verjugendungstrank Krafttrank ich habe einen Krafttrank ich habe einen Krafttrank 48 Stunden okay dann müsste ich es mir wahrscheinlich nochmal holen weil das hier kann ich einmal nehmen kann ich einmal machen was du tust übrigens zuerst ob sie das in der Not auf einer Party sein könnte mhm also ich habe zumindest hier dieses Ding womit ich meine Sachen holen kann und verkaufen kann das Ding habe ich jetzt muss ich einmal hier die Dinger doch einsammeln die Leichen oder die Leichen bzw dass das der es viel warm Ich komme schon angehüpft, bevor ich was dummes mache, ob ich jetzt später einem Senni erklären will. Dann dürfte ich ja gar nichts mehr machen. Grundsätzlich schon nicht. Da ist noch was, warte. Hier ist noch was. So eine Leiche. Zwei von neun. Die Viecher sind so ekelhaft, ey. Ich bin gerade echt froh, dass ich hier nicht allein durch muss. Ich gehöre zu den Menschen, die Spinnen hassen. Ich hasse Erkältungen, ey. Erkältungen sind somit das Schlimmste, was da passiert kann. Ja, eine Leiche. Hallo, Leiche. Wollen wir kuscheln? Schnörder solche. Das Schnördern habe ich hinter mir. Also zumindest fast hinter mir. Also so langsam fange ich an mit dem Husten. Beziehungsweise. Ja, es ist eigentlich eher so ein leichtes Kribbeln. In meinem Keller liegt eine Leiche. Ich bin es nicht gewesen. Ah, so ein geiles Lied. Läuft bei uns tatsächlich auf jeder Party, ne? Aber SCP machen auch echt mega gute Lieder. Oder, ne? Hier, die Freundin mit dem Laden, ne? Bin eigentlich auf einem Konzert. Richtig mal verschoben schon. Oh, scheiße. Also ich habe sie jetzt zweimal auf einem Festival gesehen. Ich weiß nicht, ob du das, oder ob ihr das kennt, das Deichbrand. Das ist oben bei Cuxhaven. Ähm, da habe ich es schon zweimal gesehen. Einmal von etwas näher. Und einmal leider von ganz hinten. Aber war echt mega cool. Okay, Alter, ich wollte sie ihn gerne über Leiche. Das ist komisch und verstörungsgleich. Ein wenig, ne? Ein wenig. Ich mag Leichen. Die sind so schön. Tot! Und sie zappeln nicht! Gott, das kann mir gerade alles falsch ausgelegt werden, ne? Wenn mich irgendjemand meinen Zeugenstand ruft, bitte nicht. Das wird nichts. Oh, ey, ich glaube, ich muss schnell ins Bett. Ah, was? Das ist Quatsch. Hier muss keiner ins Bett. Ach, ja. Ein Dingetimbräu noch. Also das ist nur die Frage, wo es ist. Irgendwo als übersehen? Ich befürchte es fast. Warte mal, ich muss einmal auf jemanden zurück, glaube ich. Einmal kurz gucken, wo ich da einen übersehen habe. Hier. 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 Hier in der Ecke. Okay. Und einmal da hoch. Da, wo dieses grüne Leuchten ist, muss ich. Ich glaube, da kommen wir hinten über die eine Treppe, glaube ich, hin. Warte mal, das müsste, glaube ich, dann hier lang, glaube ich, sein, oder? Da hinten über das Treppchen? Nein, 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 nein. Warte mal, ich gucke einmal ganz kurz. Ich gucke einmal ganz kurz, ob es da geht, solange wir hier noch keine Spinnen sind. Warte, 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 warte. dazu muss die brücke meine ich bin hier aus geht es auch ich wollte gucken ob es auch geht es geht das war so mit das dümmste was ich heute getan habe hallo das will ich bitte umbringen möchte auch 120 sein im kopf stelle ich mir immer vor dass gerade die normale herr der ringer musik läuft ich werde mir vielleicht so entstanden dass man so sieht das ging schnell ok Und jetzt einmal zurück. Ich möchte auch so ein Schweinchen haben. Wobei ich bin schon froh, dass ich den Hirsch habe. Das ist von den drei Gipfeln. Wenn man sich das Pack so kauft, gehe ich mal von aus. Aber nicht, dass das über den Ingame-Shop geht. Da fürchte ich jetzt einfach mal. Weil die Packs sind halt echt teuer. Zumindest noch nicht. Weil ich bin ja jetzt gerade erst mal am überlegen, ob ich mir... Zumindest zum Januar hin. Woher werde ich mir das leider nicht kaufen können. Minas Moku kaufe. Da kostet ja, glaube ich, dieses... Wenn man die extra Maus und sowas mit haben möchte. Glaube ich 114? 116? So, endlich halt. 110, ja. Und das, ja, muss ich erst mal aufbringen. Das ist, äh, ja. So viel verdiene ich da doch nicht. Dass ich mir das einfach mal so leisten kann. Vor allem, weil halt Weihnachten ja gerade vor der Tür steht, ne? Ähm, ich bin selbstständig. Ich hab mich jetzt... Im Mai selbstständig gemacht. Mit einem eigenen kleinen Shop, der jetzt natürlich noch im Aufbau ist. Weil ich jetzt nicht so viel zur Verfügung hatte, dass ich mir da jetzt schon ein großes... Waren-Depot quasi zusammen damit konnte. Und dann halt nebenbei Twitch. So ein bisschen. Was sich aber eher spontan ergeben hat. Also Twitch hat sich wirklich so... Es war ein Versuch, was passiert, ne? Wenn man mal streamt. Da kam irgendwann das Gewerbe. Da kam der eigene Shop. Der Twitch. Und ja. Und dann hat sich das halt alles so ein bisschen eingespielt. Jetzt ist halt alles noch im Aufbau. Deswegen. Ja. Habe ich da noch nicht so viel zur Verfügung, dass ich sagen kann... Jo, komm. Ich kauf mir das mal. Natürlich. Ey. Du glaubst gar nicht, was für Kleinkram ich alles angebe. Also. Ach so, ich sollte vielleicht die Quest annehmen, ne? Vielleicht ganz gut. Also ich bin da echt... Echt fleißig, was das angeht. Mein Freund meinte auch schon so, okay? Ich achte auf mehr als zum Beispiel in... Da, wo er arbeitet. Bei denen in der Buchhaltung. Ich habe so von Anfang an alles eingeheftet, alles abgedruckt. Jeden kleinen Scheißkram. Auch wenn ich zum Beispiel... Ich habe ja, glaube ich, ein einziges Mal quasi über meine Firma sozusagen für Planet Zoo ein DS4 gekauft. Alles rein. Jeden kleinen Scheißpaket da rein. Das Schwein ist ab der Version für 49,99. Gibt es bei den großen Versionen denn noch ein zweites Mount? Es tut mir leid. Das ist die Frage, weil ich bin eine Mountjägerin. Du kannst wirklich den kompletten Chat fragen, ich bin eine Mountjägerin. Zum Beispiel, was FFXIV angeht. Weil ich bin eine Mount- und eine Petjägerin. Also alles, wo man irgendwie extra Mounts, extra Pets kriegen kann... Ne? Da bin ich dabei. Das ist eigentlich mein größeres Problem. Ich neige dazu, dann immer extra viel Geld für auszugeben. Wobei ich aber auch spare. Also ich gehe nie über das Budget, was ich habe. Wenn ich es mir leisten kann, dann mache ich es. Wenn ich es mir nicht leisten kann, dann mache ich es zum Beispiel nicht. Dann warte ich halt ein paar Monate. Naja, außer bei Endwalker. Wobei Endwalker war halt... Ja, kurz vor knapp. Dieser Hut geht gar nicht, ne? Aber fünf Pets. Also auf dem Schal hier habe ich zwei. Hole mir jetzt aber bald, sobald wir hier in der Feste angekommen sind, den Fuchs von der Bingo Boffin-Reihe da. Da kann man sich dann ja für die Abzeichen dann den Fuchs holen. Der hat nicht nur eine Maun, die alles, was niedrig aussieht, leuchtet, glitzert und sonst schön ist, wie sie haben. Yay. Äh, warte mal. In welche Richtung? Deine. Ah, ne Wespe. Ich will halt dieses... Ähm, ich habe auf dem anderen Schal eine blaue Biene. Will ich haben. Der Konoglypho. Oh, gut. Äh, liebe Pests. Das ist cool. Das will ich haben. Das ist echt geil. Das ist toll. Es ist so eine Kraft, bei dir durch ein Fürzel zu ziehen. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Kleiner, warte. Kleiner Sebastian. Nein. Oh Gott, wie süß. Pony mit Geschenk. Oh Gott, das ist süß. Das will ich auch haben. Ich gäbe euch dem, was ich nicht machen soll. Heimat, du tust es ja trotzdem. Das ist das Schlimme daran. Rudolf. Rudolf Winterschwein. Oh nein. Rudolf. Und hier wird ein neues Ding sein. Heimat, das hilft nichts mehr. Das weißt du, oder? Was ist das? Der Zug ist abgefahren. Das. Ne? Was ist denn hier los? Ah, äh, mir werden nur wieder Pets gezeigt. Mehr nicht. Ich muss auch einmal ganz kurz dich um die Nase kümmern. Scheiß Erkältung. Ich kann es immer nur wiederholen. Das schlimmste ist eigentlich bei der Erkennung die trockene Nase. Ich hasse allgemein trockene Nasen. Das ist somit das ekelhafteste. Der Moment, wenn meine Mutter was von mir will. Äh, wie viel Shop-Polz hast du? Nicht viele. Nicht viele. Warte mal. 70. Ich habe, äh, gerade erst wieder geshoppt. Also, ich habe nicht viele. Leider. Lass uns einfach, sonst kommen die nie wieder da weg. Ja. Äh. Für meinen Privatscher habe ich mir... Warte mal, wie heißt das Viech? War ein Pet. Für meinen Privatscher habe ich mir... Nein, das sind Reittiere. Begleiter. Die gefleckte dreifarbige Katze gekauft. Bei Katze und so, ne? Das war das, was ich mir für die... Für die Freunde gekauft habe. Nichts zu zeigen oder sagen, wo es die Pets und Mounds gibt. Na, die Pets und Mounds im Shop, die habe ich ja schon entdeckt. Und das gute Hybrid ist aber... Ich liebe Katzen. Dafür würde ich sogar tausend Punkte ausgeben. Ich liebe Katzen. Fragte Chat. Ich liebe Katzen. Ich... Ich brauche Katzen. Ich muss Katzen haben. Ohne eine Katze bin ich nicht glücklich. Fragte Chat. Was? Ich brauche Katzen. Katzen gehören zu meinem Leben. Ich bin ein Katzenfreak. Also wirklich Katzenfreak. Und das ist schon... Es ist schon schlimm. Ich habe eine Katzensucht. Wenn es an mir ginge, hätten wir glaube ich 30 Katzen. Wir haben aber nur drei. Die ich überall das liebe. Aber wir haben nur drei. Irgendwas wollte ich gerade machen. Ich würde das Katzen... Können sie vielleicht eher treffen. Ja. Ja, ich vergete Katzen. Katzen sind toll. Katzen sind toll, süß, knuddelig, plauschig. Beim Fest gibt es gerade eine schwarze Katze. Wie meins. Der spare ich gerade drauf. Der mache ich gerade die ganzen täglichen Quests. Oh, hallo Talurion. Schön, dass du reinschaust. Guck mal, den Waldschirsch. Waldschirsch? Warte mal. Meins ist jetzt im Shop, ne? Ich sehe es auch gerade kurz, der Chat nicht. Deswegen... Ich sehe schon... Ich sehe ja jetzt schon wieder 10.000... Dinge, die ich habe... Da... Sammlungen. Sammlungen. Da. Der ist geil. Den habe ich auch gerade entdeckt. Der ist toll. Der ist echt toll. Ich will nicht wissen, wie viel. 1.995. Ich will die Arsch. Aber brauche ich ja noch. Ewigkeiten. Kannst du auch oben in der Suchleiste die Suche einschränken. Äh... Ja. Ich habe ihn. Das Schlimme ist halt echt, dass man genau weiß, wenn man zum Beispiel ein Spiel hat, dass einem genau gesagt wird, wo du es... oder wie du es kriegen kannst. Das ist in dem Spiel das Schlimme. Also eigentlich das Gute. Weil ich möchte so... Das hier möchte ich zum Beispiel auch haben. Das finde ich halt auch mega hübsch. Okay. Das hier jetzt nicht unbedingt. Das hier finde ich auch mega cool. Äh... Oh mein Gott. Das will ich ja jetzt... Das will ich nicht haben. Äh... Klick mal auf das Spiel war. Während sie mir in Schatz suche. Ah ja. Okay, das ist... Ist... Achso. Okay, das ist die Blumen. Die Zige ist geil. Die will ich haben. Okay. Die ist auch geil. Das ist schon spielartiges Blut. Das ist geil. Wegen dem blauen. Der Winter ist schon meiner. Alter. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Während das Winterfest für Mitri Münzen erhältlich. Ja. Ja. Ich auch. Ich auch. Iron, ich habe zwar kein Wasser, aber... Mischspiel reicht hoffentlich. Ah, sehr geil. Okay. Ich glaube, wir sollten uns mal wieder hier wegbewegen, oder? Glückwunsch, Kaya. Mapa! Mapa! Mami, nein! Hm? 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 Ich sehe meine Mami. Mami. Also. Meine Ingame-Mami. Beziehungsweise Ingame-Papi. Huh. Yeah. Achso, ich habe übrigens über mein Privatschal, habe ich den Hund jetzt auch... Mapa. Dem anderen Schal habe ich den jetzt auch bekommen. Gott sei Dank. Jetzt habe ich nämlich auch so ein süßes Wauzi. Wauzi. Wauzi, Wauzi-Lein. Wauzi, Wauzi. So. Äh... Was muss ich da sammeln? Rechtmäßiges... Kisten und Halb-Orgs. Okay. Du wart nur vor Fuß gleich in die Tischkante weiß. Nun stürzen wir uns in die Tiefe und brechen uns die Knochen. Und du bist sicher, dass du nicht Lothro spielen möchtest, Mapa... Äh, Aaron? Bist du da ganz sicher? Ganz, ganz sicher? Das ist ganz, ganz sicher. Er muss ja nicht oft sein. Okay. Ja, dann frage ich auch nicht mehr. Ich versuche ja... Also Frutus versuche ich ja auch noch dazu zu überzeugen, dass er hier seinen Senfz beiträgt. Aber er möchte auch nicht. Ich bin gerade bei 151 von 169 Tierwerkbegleitern. 203 von 229 Reittieren. Bin aber auch ein Sammler. Das wird mir nicht anders gehen. Das ist was Schlimmer daran. Ich liebe halt Reittiere. Also Maus und Pets, ich liebe sie. Und ich sammle sie auch furchtbar, furchtbar gerne. Und hier habe ich jetzt halt auch schon so viele gefunden, die ich toll finde. Ja. Und er wird Aaron für immer lange Pfeiler haben. Das glaube ich gar nicht. Das glaube ich gar nicht. Man kann ja niemanden dazu zwingen. Ne? So, ich verabschiede mich. Morgen früh wieder Vorlesung. Gute Nacht, Chat. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Merkst du? Und ja. Dann dir viel Erfolg morgen. Einen schönen Wochenstart. Und auf jeden Fall nochmal Dank für dein Follower und dass du dich hier vorbeigeschaut hast. Und auch vielen, vielen lieben Dank für deinen Support hier. Ich komme wieder, keine Frage. Das ist gut. Das ist gut. Heute ist nicht alle Tage Abend. Oder wie ging's? Vom rosa-roter Panther. Auch eine geile Serie früher gewesen. Rosa-roter Panther. Das ist eine scheiß Nase, ey. Das ist furchtbar. Das wird tatsächlich furchtbar. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Ja. Das ist ein Pantherchen. Ja. Ja. Habe ich meiner Mutter tatsächlich mal die DVDs zugeschenkt? Mit der blauen Elise und wer da nicht alles noch mit bei war. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist das wirklich so spätig? Ja, leider. Oh Gott. Es ist gleich 23 Uhr. Ernsthaft? Äh. Der ist Schlusswort. Pautchen, Pautchen, mach noch weiter. Ich kann leider nicht singen, sonst würde ich singen. Aber ich bin das gerade so für mich. Aber ich bin das gerade so für mich. Das ist echt cool gewesen früher. Ich war mit einer meiner Lieblingsserien als Kind. Als Super RTL noch Super RTL war. Und nicht diesen Quatsch, den es da heute gibt. Ich weiß nicht, wer von euch hat damals noch Super RTL geguckt? Oder bin ich tatsächlich die Einzige, die noch aus der Zeit stammt? Super RTL, Togo und so weiter. Oh, das kann ich auch umdichten. Oh je. Oh je. Ja, ich bin nicht alleine. Ich muss halt immer so blöd fragen, weil ich halt nicht weiß, wer das damals alles noch so mitverfolgt hat. Weil das war halt meine Kindheit. So dieses Morgens gab es halt dieses Togo oder Togolino oder wie das hieß. Mit, ich glaube, Bob der Baumeister war es früher. Hier das mit diesen Lokomotiven. Thomas, glaube ich. Thomas, die kleine Lokomotive. Dann irgendwas mit so komischen Bären, glaube ich, war es. Was es da noch alles gab. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann Simsalary, Bim Sabrina, glaube ich. Was es da nicht alles gab. Das war dann halt immer so mein Tagesprogramm. Oder halt auch die ganzen Barbie-Filme. Ich habe die Barbie-Filme heute noch. Äh, wie lange geht das fest auf den Hirsch? Warte. Ich glaube, bis irgendwann in November. Äh. Bis zum 3. November. Also 2. oder 3. Ja, okay. 2. Bis zum 2. Also hast du noch ein bisschen Zeit. Ich will mir in der Zeit halt nur noch diese Katze holen. Weil den Hirsch habe ich ja. Das war ja mein Ziel, dass ich den Hirsch habe. Ähm. Wie viel braucht man eigentlich für diese... Es gibt diese schwarzen Flügel. Somit habe ich die vorhin gesehen. Bei jemandem. Die müssen es, glaube ich, auch beim Herz festgehen. Ich weiß wohl nicht, wie viel die kosten. Weil sonst würde ich die zwei halt noch haben wollen. Müssen wir nämlich die Tage ransetzen. Weil ich will die schwarze Katze haben. Die hole ich mir als nächstes. Und dann halt noch diese Flügelchen. So, und jetzt muss ich unbedingt mal weiter essen. Ich habe hier meinen... Ich kann jetzt nur liegen. Ich habe hier auch gelingt, die wird es jüngertatvoll. Ich will nur noch... Ich will nur noch... 9 Tage, 10 Stunden, 48 Minuten. Ist ja noch ein bisschen. Ist ja noch ein bisschen. Oh, okay. Ah, Iren hat sein geschrieben in Discord. Guck ich mir später mal an. Ich war kurz umgedichtet im Discord. Nicht viel zum Umtexten gewesen. Leider. Ich guck's mir auf jeden Fall später mal an. Schreib dir da dann noch was zu. Ich guck's mir auf jeden Fall. Ob wir heute noch die 29 schaffen? Wäre möglich, oder? Wäre möglich. Ich guck euch. Oh, das Gold. Das will ich haben. Das Gold brauche ich. Gut, ich glaube wir sind immer noch in dem Gebiet rum. Diese Luxus sind nicht viel zu finden, ne? Mir fehlen noch genau zwei. Bis zum nächsten Mal. Luxus, wo seid ihr? Da ist einer. So, fehlt nur noch einer. Himbeeren. Ja, die Himbeeren nehmen wir auch mal mit. Ich glaube, wir sind abscheiden. so wenn es jetzt hier irgendwo mal sicher wäre würde ich ja mal kurz gehen die frage ist nur ist es hier irgendwo sicher wenn wir da unten so dann gehe ich einmal ganz kurz aufs klo und bin gleich sofort wieder da lasst euch die musik aber ganz kurz an ja 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 ja